Hallo, ich heiße Lisa. Ich gehe in die fünfte Klasse ins Gymnasium. Ich arbeite als Bürokauffrau. Ich habe drei Kinder und bin alleinerziehend. Ich gehe bald in die Rente. Ich habe viele Enkelkinder. Ich gehe jetzt nach Hause Blumen gießen. Ich gehe bald in die Rente. Ich gehe bald in die Rente. Ich gehe bald in die Rente.